Ja, der hält so viel aus, der Stil. Also im 1 gegen 1. Willst du schon wieder ganken kommen, Sonic? Ich hab gerade Iggy gegankt, wir pushen jetzt mit da. Seine Ultis in den Rechtsklick machen ja eigentlich nichts von Stil aus, ne? Dann kann er vier Fähigkeiten, dann kann er ja blocken. Moins in Pamorillos, mein Name ist Sonic und ich herzlich herzlich willkommen auf Rapsplay. Wir spielen Wukong im Jungle. Mit einem grün-roten Deck. Ah, ich hab Face, ne? Du hast Face, ja. In your Face, Biac? Oh, okay, hier ist Ritter, dann nehm ich das. Das ist Ritter-Deck. Naja, das ist das Beste. Finde ich für die. Nee, ich find OPD am besten. Schön Spriken am Anfang, dann OPD, dann quieselst du alles weg. Oh, nö. Hey, auf gute Nachrichten wurde heute von drei Leuten fürs Rotieren reportet, schreibt hier der Crap Place. Hä, was? Das ist natürlich Crap. Was will man machen? Fürs Rotieren reportet? Wie kann man denn fürs Rotieren reportet werden? Nice, auf jeden Fall. Ja. Komm, wir töten den Demo. Ehrlich ist er ja nicht gut. Rotatet. Man weiß es nicht. Aber gut, wenn ein Dreier-Stack einen reportet, was willst du da machen? Lass mal kurz so ein bisschen slowen hier. Mach mal jemanden gleich so auf. Mach mal ein bisschen Übersicht hier. Ey, die Übersicht. Puschen nehmen nicht, dann bleiben wir dicht an unserem Tower. Der trifft gar nichts halt. Nur Minute drei ein bisschen vorpushen, dass wir dann den Gold-Buff sicher haben. So, die Gadget geht aber nah ran an den Niggi. Rauf. Okay, scheiß drauf. Ich weiß nicht, warum die Rückwärtssteller waren als wir vorwärts, aber... Ich hab keine. Riese, beriese. Ich stun die gleich. Dann gehen wir drauf. Lass die ein bisschen kommen noch. Ja, auf Twin dann. Mooney, Fokus, oder? Okay, Twin. West Side. Komm, der macht ja, der macht ja. Rechtsklick. Sehr schön. Sehr schön, Madame. Ich mag es. Fuck, wo lau ich hin? Nicht aus Spaß, halte ich dir die AK und dann komm. Das ist so typisch Fade, Alter. Achter, da kommt ne Bitch. Ja, Gold-Buff. Muss weg. Ja, der Wards, ich weiß nicht. Wer ist denn das? Seereth? Seereth. Ja, sie macht dich. Alter. Willst du die Muriel machen? Ah, die gehen hier oben lang. Ja. Nee, wir können ja nicht fighten. Wir können nicht fighten. Nee. Wir sind ja zu dritt. Schade. Den Iggy konnte ich auch nicht machen. Jeder weiß, dass ich den dicksten Schwanz habe. Wo ist es, Alter? Wer schreibt das? Nee, das sagt Faith, Alter, in seinem Sohn-Album. Das hört sich so gerade nach Krampi an. Echt? Der Huren, Alter. Ich wusste eigentlich. Nein. Fuck my life. Ich hab sie aus der Dings geboxt. Ja, blind. Nein, ich hab falsch den Knopf gedrückt. Ich bin so RIP. Sollen wir poken? Boah, nö. Alter, Iggy macht mich. Iggy macht mich. Die Gadget rotiert nicht, ey. Gadget war doch da. Ja, nix gemacht. Hast du Wortschon? Nee. Fuck, Alter. Ich chill mit Max, Gringos und Machijo. Ich geh jungen. Ah, der Iggy, ey, den... Der hat so Glück gehabt, dass sie rotiert ist. Hm, schade. Gold buff. Erhol dir. Die Huren. Up. Zero this mist, gell? Pass auf. Na, 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 ich geh kurz back. Ich mach keinen Schaden, Alter. Ich mach keinen Schaden. Das ist ein ziemlich langsamer Jungler. Willst du drauf gehen, rechts? Ja, ich hab nicht wirklich viel, also... Ja, lass mal drauf gehen. Ich bin auch gleich da. Ah, ja. Der Kev saved uns den Rücken. Auf Muriel. Oder auf Twin Blast. Dann kommt auf Twin. Ah, Muriel. Auf Muriel. Sehr gut. Der what? Alter, fuck. Ich bin ja lang gelaufen. Oh, ich geh raus. Da kommt Iggy. Go, go, go. Auf Iggy. Donnie. Du bist blind. Hab ihn. Das ist noch irgendwas. Ja, pass auf. Aua, 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 aua. Mach ihn. Hilf mir. Ach so, Ulti. Siris kommt zu mir. Nein, noch nicht. Ah, lass, komm weg. Siris rennt mir hinterher. Ja, ja, wir holen uns die. Hey, die hat Green Buff. Die hat Green Buff. Komm weg da. Na und? Wir haben Shotgun. Da kommt noch Muriel. Kann nix. Stun sie. Root kommt. Kriegen wir nicht. Ich kann nicht diven. Da kommt noch Siris. Ich hab die. Nein. Loll, ich kann nicht ziehen, oder was? Ja, egal. Raus, raus, raus. Ich bin raus. Alter, ich hatte jetzt keinen Rechtsklick gehabt für die. Ich geh mal Back Tyrant kaufen. Ja, schlag die Zeitung auf und seh, da haben mein Ticker starb. Was ist mit dir, Junge? Alter, Fave, Alter. Alter, Fave, Alter. Keine Promo, aber Killer Album. Sagt dir doch auch in einem Tracker, ne? Weiß ich nicht. Bitte helfen. Die Gadget muss gleich weg. Nee. Also, unser Jungle meine ich jetzt. Ich mach das gleich. Da kommt irgendwas von links. Hier zu uns? Ja. Ich dachte, der IG rotiert nach links. Goldigleis. Mhm. Sirif. Kommt hoch. Nee. Ja, die kommt hoch. Geh in den Tower. Geh in den Tower. Vorsicht. Kannst du mich ziehen? Ja, ja. Schön Fokus. Sirif rankt hier bei uns im Jungle rum. Sind geflasht. Ah, die Muriel, die kann so viel Schilde geben, Alter. Ich muss kurz weg. Geht eigentlich. Aber die ist nicht mehr so krass, Mann. Ja, ich komm zu dir, Kev. Mhm. Ich hab auch Ulti. Ich hab auch Ulti. Rooted in Twin. Rooted in Twin. Okay. Ulti. Wo ist denn der? Hier. Alter. Schön. Sehr gut. Schon wieder diese vielen Schilder und all so eine Scheiße. Was ist mit dir? Ja, keine Ahnung. Will die denn von mir? Oh, mir leid mal Huni. Keine Muni. Hä? Steckst du die Leine, ich mach dich nach... Hä, hä, warte mal. Wann bist du mit dir? Warte. Oh, oh, Mitte. Geht schon wieder Green Buff, ey. Wann ist denn meiner mal ab? Gold Buff? Ja. Brenn dir. Heidi Klum sieht mich. Blitz auf Zeit. Ach, sieh, wir haben ein bisschen kommen. Warte, warte, warte. Lol, der Steal hat den Quang gemacht. Guck mal, mit wie viel Leben. Ja, der... Der hält so viel aus, der Steal. Also, im 1 gegen 1. Wirst du wieder ganken kommst, noch nicht? Ich hab grad Iggy gegankt, wir pushen jetzt mit da. Seine Ulti, seinen Rechtsklick machen ja eigentlich nichts, Steal aus, ne? Dann kann er vier Fähigkeiten blocken. Ja. Ich hab keine Ulti, hast den 30. Alter. Ich hab keine Minions hier. Jetzt geht doch mal da rein, ihr Kack-Minions. Ich will einen scheiß Tower machen. Twin. Ah, fuck. Da hast die halt auch einen Tower gemacht. Lass die kommen und dann... Lass mal von hinten, ich hab ruhig die. Ja, ne, warte, 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 warte. Komm, komm, das ist perfekt. Lass anfaken, dass wir Mitte gehen. Die Mitte kommt doch gleich zu uns. Ne, ich komm jetzt zu euch. Ja, ja, mein ich doch. Lass die noch ein bisschen kommen und dann Route. Route, los, Route. Route, 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 Route. Twin. Rollstie ist raus. Lol, keiner geht auf Twin, Alter. Lol. Komm, wir machen eine Tower. Nö. Minions. Wir haben keine Minions. Oh, Mitte. Iggy, von mitten. Nice. Oh, ich kann nicht mehr. Du kannst? Ne, ne, ich bin fast red. Okay. Wenn da gleich einer rotiert, bin ich tot. Geht raus. Du musst doch mal gucken, dass seine Türme erst fallen, wirst du? Ja, ich wollte jetzt erst mal den Tower machen. Oh, fuck, ich kann mir nicht hoch. Ich wollte erst den Tower machen. Eko's back. Ja, wir müssen das nächste Mal, nächste Mal müssen wir Raps machen. Ja. Warum kommt bei mir in den Stream jetzt der Wizz-Bot, Alter? Den habe ich doch schon ewig nicht mehr, Alter. Komm, da. Hallo sagen. Ne. Rechts muss verteidigt werden. Das ist auf dem Weg. Ja, der kam, um mir zu sagen, dass ich heute acht Follower bekommen habe. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, ne. Da kann man nicht meckern. Gadget kommt rechts. Lass ihn mal ein bisschen kommen. Ich gehe weg. Wollen wir mal Raptor jetzt mal, oder? Ja, jetzt nicht. Wenn wir einen Pick haben, dann machen wir sie. Das ist jetzt nicht so safe. Obwohl, ich habe einen 600-Zächchen. Oder Sparrow, warte, holt euch mal den River-Buff. Ich mache den Green und dann machen wir den. Ja. Gold-Buff ist auch der Schwerer da. Digi ist links. Go, go, go. Achso. Links. Ne, ne, hier. Ich habe Ulti. Raptor, Raptor, Raptor. Rappi, Rappi. Die checken es dir nicht. Ulti, let's go. Der wieder platzt dann. Da ist es. Jetzt rechts, Stefan. Untenrum, untenrum. Ja, macht ihr. Erstmal Wraps fürs Team, super. Vorhin drei Mitte. Warte. Seit 5, 1,5 Stunden. Mitte? Kannst du Mitte gehen? Ich bin Mitte. Yeah. Fuck, der Iggy. Achtung, es war nicht mehr. Ich link dich gleich und flash die Bitches. Ah, fuck. Ich habe keine Lust auf Hafer, doch trotzdem hast du Hafer und Lust und deine Freundin ist dich fett. Go, 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 auf die Bitch. Fahr ein Quick-Ulti ab. Danke für die Follower, West Side. Tower, Tower, Tower. Die Follower. Die Follower hat die Follower aus dem Bild geschlagen. Ja, wir haben keine Wraps. Warte mal, der Steal geht vorne rein. Oh, Alter. Da hat einen erwischt. Alter, er macht ihn. Ich sehe nix. Ich habe keinen Mana mehr. Nein, er ist so low. Iggy's Turmer, Iggy's Turmer. Nein, ich krieg. Ich krieg vorher viel Schaden. Ich mach den Green Buff von denen. Vielen Dank für den Follow hier. Vielen, vielen Dank. Ja, man, West Side. Geht mal da weg, bitte. Die spawnen alle wieder. Die Follower kam gerade aus dem Jungle wie so eine Berserker, Alter. Irgendwie gehört aus dem Jungle. So, ich komme jetzt dem Missgeboten. Riverbuff. Is da. Is da. Wir können gleich wieder Dings machen, aber warte, bis ich Zechchen fern. Ich habe 50 Sekunden. Nein, kein Orb. Die Reps erst mal. Wo bist du denn jetzt da? Ich renne da rum. Reps. Was Reps machen? Ja, warte noch. 40 Sekunden. Die Steel will schon. Ja, dann. Dann gehen wir halt. Komm, Mitte ist angepusht. Links ist auch angepusht. Fang einfach Reps an. Ja, scheiße. Falscher Pick. Alter, wer pullt mich denn hier? Kannst du mir Ulti geben? Ja, ich wollte dich linken, aber ging nicht. So. Sparrow, geh rechts. Geh rechts. Alles easy. Ja, K-Series ist hier. Ja, soll ich dir folgen da auch, ja? Alter, guck mal, wo die hinlaufen. Es ist Kev-Zeit, Alter. Oh, was ist mit dem Steel los? Wir müssen da helfen. Ja. Hat irgendwen geultet. Der ist RIP. Oh, shit. Warte mal, wenn die jetzt hier hinkommen, machen wir sie? Ich habe noch Ulti-Demo. Du warst bescheuert. Wachhack. Let's go, West Side. Ich sehe gar nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Oh, lol. Quang ist hier. Aber hat mich geultet. Fuck, ich muss raus. Der hat mich nicht getroffen. Tim Blast. Ist gestunnt. Jo ist tot. Warte. Muriel. Fuck, komm ich nicht dran. Fuck, 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 fuck. Welch ein Tower. Aua, was war denn das? Wow, West Side. West Side. Einer muss links gehen. Ich helfe doch mal hier. Ich? Ja. Ich bin fast tot. Guck mal, meine Leben. Ich muss links treffen. Jeffy, wieso ist denn du da nicht raus? Ich dachte, du bist drin. Ja, geht er da nicht gegen Greyer hin? Ja, warte. So, ich war irgendwie gerade auf dem Trip. Ich spiele Sparrow. Serious hat meinen Green gemacht. Und mach ihn Blau. Ich muss erst mal in die Mitte machen. Ja, Stil, Alter. Ich bin jetzt schon wieder vorne rein, Alter. Ja, der Ballert halt mit dem Baller, Mann. Ich bin unsichtbar. Was macht ein Serious? Serious will Green Buff machen. Hä, warum macht sie ihren Green Buff nicht? Mach ich den halt. Und dann mach ich Serious. Und dann geh ich links pushen. Äh, rechts. Rechts, ja. Geh da rein, Demo. Sehr schön. Ja, die ist weggeholtet. Orb, oder was? Nee, Raptor. Aber einer muss die Mitte deffen. Ey, ich würde sagen, das bisschen so, ja. Lass noch Wraps den Motten. Nein. Oh, fuck, wann kommt. Die kommen alle zu dir. Komm, die Motten. Ich hab Ulti und du Ballerst einfach rein. Äh, meine Ulti ist raus. Achso, das meinst du. Ja, ja, klar. Sollen wir Prime machen? Was die? Ja. Ja, okay. Nimm den River Bob mit. Wobei, ich scheiß auf den. Komm, 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 fang an, fang an. Ich wollte gerade sagen, ist gar keiner da. Ich hab 800 tatsächlich, dürfen wir packen. Das nenne ich mal ein Prime. Jetzt hier ist meiner. Krieg er weg. Steel ist Mitte. Ja, das tut's Ziel. Durch den Jungle hier. Ich push rechts, geht mal alle Mitte. Da sind ein paar Leute bei euch. Ich push rechts ganz hart durch. Ihr müsst jetzt Mitte den, in den Pullen. Timo, wir gehen Mitte durch, ich schloss. Ich hab Ulti noch. Hier ist noch ein Quang. Oh, die kommen ja alle. Die sind jetzt zu 5. Wir müssen aufpassen. Egal, egal. Wir haben Orb und Ulti. Ach, die ist da. Rein, rein, rein. Ulti in 3, 2, 1, go. Sehr schön. Jetzt hat ihr 4 gegen 4 mit Orb. Dürft, müsst ihr packen jetzt. Sehr schön. Das dürfte es gewesen sein. Ja. Das dürfte es gewesen sein. In hip, in hip. Quang ist hier bei mir. Ich komme zu dir. Der kann ja alleine den Tower machen. Mach da mit der weiter Druck hier. Aber wer pullt mich denn da? Es ist dir. Halt dein Maul. Und rein. Go, go, go. Alles auf dem In hip. Weißt du, was lustig ist? Ich. Wer macht denn hier Stase, alter? Halt. Ja. Irgendjetzt kloppen. Korrkloppen. Korrkloppen. Easy. Auf dem Trend. Boah, der macht jetzt auch einen Laser, der Korb. Naja. DJ! Das ist West Side! Kev, beste Face EU, sagt es von Borat. Ja, so sieht's aus, man! West Side! Hat mir sehr gut gefallen, die Face heute. Ja? Was für begeistert? Was hat denn die Face? Zeig mal. 2310, wunderbar. Gadget 306, wunderbar. Stil 613, wunderbar. Guck dir den Stil an, Alter, er baut ihn mit Golemschmetterer. Richtig gut, Alter. Hat er Speed und Macht halt, ist doch geil. Guck mal hier, Timo, kein einziges Mal gestorben. Gadget, kein einziges Mal gestorben. Ich bin einmal gestorben, leider. Timo? 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 Was ist denn los? 4-0? Was ist denn los? Bist du es? Timo des Todes. Ja, danke fürs Zuschauen, Daumen nach oben und stay beim, tschüss! Timo. 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 Timo.